1, 2, 3, top ist der Wolf und 1, 2, 3 Wolf und dann ein Schaf. Titanic, der offensichtlich besten Map, ich bin auch ein Schaf. Oh, sorry, hab ich dir gerade dringend. Nein, nein, alles gut. Ha, diesmal loot ich dich weg. Ey, ey, Flo, 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 Flo. Flo, Florian? Florian? Florian, du hast dich gerade gemeinwillig angegriffen. Ey, wenn wir uns schon alle mit vollen Namen anreden, dann sage ich bitte, äh, Ronjadius, die 15. Äh, ah! Rondolon, Rondolon. Die, die 15. Rondolon? Was ist ein Rondolon für ein Name? Rondolon der Barbaron. Das ist ein Fischbarer. Was? Okay, alles klar. Flo ist es. Cheater. Wo bin ich jetzt? Ich habe gerade einen Geheimgang gefunden, das ist eine Policebox. Jo, ja, Bruder, ein Geheimgang gefunden, das ist eine Hilfebox. Was ist denn eine Policebox? Eine Policebox. Von, von, von... Von Dr. Who? Von... Die Enderperle ist... Von Dr. Wer? Nicht so wertvoll. Auf dieser Mal habe ich das Gefühl. Jörn, sag mir, wo das ist. Wo bist du, Julian? Julian 33. Wenn du jetzt killst, dann kill ich dich dreimal. Aber dann kannst du ihn gar nicht killen, weil dann bist du ja tot. Tobias? Ja, was ist hier? Psst. Tobias hat's bedankt, aber tot. Ja. Wir sind ja eh nicht killen. Oh mein Gott, ich hab so viel. Ey, der wollte ich dieses Wolf, komm. Ich bin nicht der Wolf. Ey, das ist doch wenigstens mal ehrlich. Okay. Bald gehen muss sein, den Case. Ich fühl mich ganz alleinig. Ich wette, das kommt gegen der Unsichtbar auf mich zu. Oh mein Gott. So. Zack. 42. Weapon Case. Hä, wo bist du? Hä? Ich bin da. Ich will auf, heute Abend. Nein, 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 nein. Wissen wir übrigens auf der Titanic Map, weil es so viele vorgestellt haben wir. Titanic Map, weil es so viele vorgestellt haben wir. Wo seid ihr denn jetzt? Holy moly. Ich hab fünf Enderperlen. Oh mein Gott. Sechs Enderperlen. Warum hab ich so viele Enderperlen? Hätte jemand gerne eine Enderperle? So, ich kaufe mir jetzt mal hier ein paar Waffen hier im Löwe. Ich hab hier so viel Haftshop. Ich kaufe mir eine Speed Potion. Hat sich immer voll schon mal die Speed Potion gegönnt? Ja, ich hab mir immer schon eine geholt. Speed. Warte, ich bin so tiltet. Die Speed Potion. Hä, wieso ist hier alles leer? Wo seid ihr denn übrigens? Ich bin oben. Wo seid ihr? Ich bin auch ganz oben. Aber ich könnte schnell woanders sein. Ich hab sechs Enderperlen. Ich bin ganz vorne. Wenn irgendjemand dich schlägt, dann kannst du nicht wegparten. Ja, aber... Wenn mir jemand nicht schlägt, dann will ich mit dem kämpfen. Ja, okay. Ach, so einer bist du. Ja. Und ja, magst du Schlamm? Was? Was? Magst du Schlamm? Was nehm ich denn? Ich bin mir Sorge! Ey, 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 ey! Flo? Wieso greifst du mich hier mal an? Wie einfach jeder ist mit einem halben Panik an, weil du kriegst, wenn jemand in der Nähe ist. Jo. Du hast mich angegriffen, ja? Ich hab dich nicht angegriffen. Angriffig. Ich hab das Geräusch gehört. Ich trau dir kein Stück. Ich töte dich jetzt. Ronja? Ronja! Oh mein Gott! Ich hab gesagt, ich töte dich jetzt! Ich hab dich einmal... Ronja hat mir fast den Arm abgekackt. Alles klar. Bei mir, Fluss, bei mir. Ja. Keine Sorge, Fluss. Das würde ich essen. Warte mal, wenn Flo jetzt... So, warte. Soll ich mal den Wolfssucher kaufen? Ah! Top schlägt mich! Alle! 14, 14, 14, 14. Noch vier Minuten. Hier, Tops. Hier, Tops. Hier, Tops. Wo ist Tops denn? Wo ist Tops denn? Hier, Tops. Nein, nein, nein. Was ist denn hier? Leute, ihr seid euch geklappt. Ja, ich hab Robine. Oh, Leute. Gib mir mal Emeralds. Wolfssucher an, alles klar. Es ist Julian oder Flo. Es ist Julian oder Flo. Es ist Julian oder Flo, hab ich gesagt. Leute, ich hab schon gesagt, Julian oder Flo. Ich hab den Wolfssucher gemacht. Das ist Julian. Das ist Julian. Es ist Flo. Ja, es ist Flo oder Julian. Habe ich auch grad gekriegt. Es ist Julian. Du hast auch den Wolfssucher gemacht. Okay. Hä, hab mir nicht gesagt, wir dürfen den Wolfssucher machen. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Das war jetzt so. Das heißt, ich vertraue mal dem, was ihr gesagt habt. Das ist der Rolle jetzt schon mal safe nicht. Okay, Ron, wo bist du? Ich bin hier unten bei diesen Sonnenschirm. Ich komm zum Tester. Es ist Flo oder Julian. Der Tester geht nicht. Ich bin komplett auf der anderen Seite. Hey, der ist immer rot. Ja, Ron, jetzt ist es safe nicht. Das ist entweder ich oder Julian. Und ich bin scharf, es ist Julian. Was? Ich glaub wirklich, dass es Flo ist. Komm mal nach ganz hinten. Dann töt mich, dann töt mich. Ja, ich töt dich. Du hörst deinen Schrei. Hier, Tops. Ja. Kein Problem. Dann töt mich, wenn sie ich bin. Guck mal, alle ganzen hinten zum Schieben. Oh, das ist nett. Ey, nein! Wo ist denn ganz nach hinten? Ey, gib mir nicht so ein Schwert hier. So sterben wir, wenn Julian kommt. Die andere Seite von vorne. Ja, da, hier. Ah, danke. Ey, wie stark ist das? So, pass mal auf. Das ist genug. Das reicht, das reicht für dich. Oh, sorry, 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 sorry. Das war aus Versehen. Oh, mein Gott. Ey, weißt du was? Ey, ich bin's doch nicht! Ey, was ist wirklich nicht? Es ist Flo. Es ist Flo gewesen. Es ist Flo gewesen. Es ist Flo gewesen. Yeah! Junge! Aber Julian war die ganze Zeit... Nein, das war doch ne... Okay, können wir jetzt bitte mal aufhören, immer auf mich zu gehen hier? Irgendwie nicht durchgehen. Aber weißt du, warum wir auf dich gehen? Weil du immer der Boss bist. Ich bin scharf. Ihr könnt mir trauen. Irgendwie, oder bin ich irgendwie Augen ab. Von mir ab refrigerator. Ey, Junge! Yang flog, naw, nawet Flo! You get! Ich krieg wieder Kommentare wie... Ob' my God! !! Oh mein Gott, die ganze Jahr. Ich weiß dass.* Julianne ist... Es ist Flo! Ich bin so rein. Wait, es ist Flo! GE switchedOS! Juri komm! Komm schnell zu mir, komm schnell zu mir, komm schnell zu mir, komm schnell zu mir. Komm schnell zu mir. Aicher nada! Juh drill, das... Jørg jest total você... Hey, 40,000чно Schlimo stai wie schwerf my zus! Das heißt, jetzt muss man nur noch Tops Ich habe Jule nicht getötet Ich habe Jule nicht getötet Ich schwöre, ich habe Jule nicht getötet Und dann gucken wir hier einfach mal Was ist denn Flo so treibt? Können wir in Flo reingehen? Keine Ahnung, weil du die getötet hast Ich habe nicht getötet Ich habe nicht getötet Wo ist die Kiste? Oh, da ist die Kiste, Leute Ich sehe Jürgen, ich sehe Jürgen Wo seid ihr? Nein, ich greife nicht Wo ist er denn? Wieso glaubt Jürgen? Ich versteh's nicht Wieso Ganz oben Ganz oben Ich höre die ganze Soundeffekte Oh, ich sehe euch Ich habe ihn nicht angegriffen Jürgen, Jürgen Jürgen, Jürgen Der Traitor Tötet ihn doch einfach Aber was ist, wenn Die jetzt auf einmal hinter dir her ist Leute Ja, der Traitor bin ich Der Traitor bin ich Der Traitor, der Traitor Ey, wer ist denn jetzt von euch? Ich bin's Also dass man so vergesslich sein kann Das grenzt schon an Demenz. Vor ein paar Minuten waren sie noch überzeugt. Aber jetzt einfach nicht. Wir müssten ein Item empfinden, wo wir ein Video überleben können. Wie geil wird das denn bitte? Oh, das ist ja tatsächlich cool. Der, der mich getötet hat. Julian! Ich weiß nicht genau, was Flora treibt. Er versucht auch gar nicht die anderen zu töten. Ich glaube, er will sich eigentlich aufschleichen, aber traut sich nicht. So, ich glaube jetzt... Ist das wirklich unauffällig? Er hat jetzt Top Savage. Wie hast du mich jetzt gecritted? Wie brutal hast du mich ge... Ich habe aus dem Ehe gedrückt, wo ich laufen muss. Wie beglaubt ihr? Habt ihr ernst auf dich geklaubt, dass ich der Wolf bin? Ist echt so? Vor allem ihr habt mich am Anfang gerufen und dann irgendwann so... Ja, also ich freue mich auch nicht, wer der Wolf ist. Ich glaube langsam, echt Flo ist der Strächer. Hast du die Kuh von Goldfisch oder was ist das Problem? Wie passt das denn? Ich bin diese Runde... Warte mal, mein Bauchgefühl sagt mir... Ich weiß es noch nicht. Ich bin... Ich sage es Ronja. Ich sage es Ronja. Ronja, ich sage es Ronja. Ronja, ich werde mir deine Folge anschauen. Wenn du Wolf bist, dann äh... Jetzt schläge ich den Oskar. Dann schläge ich den Oskar. Weil du Sache prädiktest, die es noch gar nicht geben kann. Dann bin ich der nächste. Ronja, wenn du jetzt schläge ich Wolf bist, dann... Oh! Es ist Julian! Du schläg mich! Ah, schade Flo. War wohl nix. War wohl nix. Wer ist es denn jetzt? Ist es jetzt... Topf wird geschlagen. Achso, ist es Julian? Hat Julian irgendwas dazu gesagt? Ich weiß nicht, die Schätze ist Julian. Also mein Tipp geht auf Julian. Weil er wollte mich nämlich gerade schlagen. Dann hat er gemerkt, dass ich äh... Nicht sehr leise bin und hier ist Topf, ich schlage mal. Ah! Ah! Das tut weh! Aber wenn jeder von euch Panikabbel kriegt... Ich schlage jetzt abends und mach random Leute. Ich find das so witzig. Das ist ja schön. Oh Gott! Wie jeder gleich... Oh! 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 Oh mein Gott sonst pessoal ist es! Aber, ich würd wirklich sagen Flo ist es! Ja ich auch. Ich trau dir nicht... Oh mein Gott canon! J Maxxinn! Ja hä?! He?! Ich hab gerade gesagt! Ich trau dir nicht. Du Held! Oh mein Gott wo ihr an? Yo, Flo Flo Flo? Ich hab Iron Grandad. Und was macht das? Oh mein Gott! Das mach mit Doppel Leben! Ohh nein! Oh nein! Ha 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 ha... Ich bin am Brodeln, Mann. Oh mein Gott. Ah, ja, weil ich so schön war. Noch mal gleich, noch mal Wolf. Aber ich muss sagen, Titanic macht Spaß. Titanic finde ich am besten möglich. Ja, es macht keinen Spaß wirklich. Titanic ist die geilste Map, ja. Titanic ist halt auch einfach die perfekte Größe. Tops? Tops ist es? Nein, nein. Jürgen schlägt mich am Anfang jeder runter. Und ich hab... Jürgen? Finde ich gut. Finde ich gut. Alles klar, Tobias? Ja, alles gut. Das sagt der Therapeuter. Nein, nein, nein. Ich spiel's selbst. Komm, komm, los. Ja, 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 ja. Ich bin nur Holzschwerter, Mann. Ich lauf dir nicht hinterher. So mad. Du wünschst dir das ein. Du wünschst dir, dass ich dir hinterher lasse, weil ich so gut aussehe. Weißt du? Man merkt, dass Tops komplexer Hand, weil du das jedes Mal erwähnen musst. Jedes Mal. Lalalalalala, ich kann gar nix hören. Ey, darf ich mal bitte anmerken, dass das Wetter heute noch schön ist und es demnächst jahr hessig wird draußen? Bei uns sind drei Grad schon raus. Ist es bei euch auch so? So frustrierend. Bei mir ist jetzt gerade noch... Oh mein Gott, Julia ist unten! Ey, wenn ich jetzt gleich im Ofer sterbe, ist Julia der Dings der Böse. Okay. Ich glaube, dafür, dass das Flo jetzt schon kurz ruhig gewesen ist. So ist das Sitz. Flo sitzen aktiviert. Ach, sitzen. Hey, kann ich ja? Guck mal. Ich kann den einfach... So, dann geht's jetzt auf und nach oben. Okay, gut gemacht. Auch schön. Ja, ne? Das ist schön, oder? Also... Hallo? Hört ihr mich noch? Ja. Hört ihr mich? Ich kann mich nicht mehr öffnen. Ähm... Du leckst ja eigentlich auch ein bisschen. Du leckst. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich. Hörst du uns? Okay, alles klar. Ich kann mich nicht öffnen und ich werde vielleicht gleich gekickt, aber egal. Aber... Äh... Nice. Was denn? Ich wurde gekriegt. Hallo, Julian. Julian läuft hier rum. Wir haben das. Wenn du nicht, der Wolf warst... Okay. Der beste Spieler der Welt ist wieder hier da. Wo seid ihr denn eigentlich alle? Menschen. Jetzt will ich nur mal sagen, wenn ihr mich gehört habt. Ronja, 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 Ronja. Geh zum Tester. Geh zum Tester. Geh zum Tester. Geh zum Tester an. Geh zum Tester, ja. Geh zum Tester an. Geh zum Tester, ja. Geh zum Tester. Ey, es ist Julian. Es ist Julian. Ja, guck halt. Ich bin halt scharf. Es ist Julian. Julian wollte mich einspüren in die Bogenbunden. So. Ja, Flo. Ja, komm. Hier, ich geh jetzt hier rein. Da kannst du gucken. Ich werde... Ist Julian bei euch hier? Äh, weiß ich nicht. Ne, du bist... Du bist clean. Tops. Alles gut. Ich komme aber nicht jetzt raus. Ja, okay. Dann bist du halt eingesperrt. So mal. Also an den Wolf. Tops ist im Scharf-Tester. Ne, warte. Ich tippe. Und bleibt jetzt... Bleibt jetzt für immer da. Schade. Schade. Ne, ne, ne. Das ist manchmal so. Manchmal bugt das so ein bisschen rum. Keine Ahnung. Das wäre eine bisschen schade, muss ich sagen. Tele... 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 Aber ich sage, es ist safe, Julio. Wo ist denn, Julian? Hier oben? Hier bei mir unten, es ging zu. Okay, los. Hä? Ihr hast eine Schnelligkeit, Baby. Deswegen konnte ich euch nicht sagen. Oh mein Gott, da ist er. Ich glaube einfach mal, Flo, dass es... Oh, ich bin sehr gut. Warte, Wenz. Ich laufe weg, er hat die Sense. Er hat die Sense? Er hat die Sense! Hat er sie wirklich? Ja. Okay, dann töte ich dich nicht, Flo. Ich hoffe, das kannst du wertschätzen. Ich habe nur ein Dierschwert und Rüstung bin ich richtig. Da bin ich dabei. Aber der Reine kommt, ich komme, 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 komme. Hier, zack. Alles klar. Brauchst du irgendwas hier? Das hier, zack. Alles gut, ich hier zum Geburtstag. So, wo ist denn jetzt hier? Ich bin nämlich ein guter Schafspieler, der freut sich ausstattet. Das ist schön. Wo ist denn Julian jetzt? Komm mal, Julian versteckt dich, das sagt schon wieder nix. Das ist echt Julian. Ja, ja, ja. Ey, wir waren so viele. Entschuldigung, ich hätte es auch gerast. Ich weiß, ich glaube, ich kann... Er hat die Emeralds, ich will mit Wurzung kaufen. Geht mal runter zu dem Platz. in diesen gang rein wo dingen ist sowohl ja ja die gebele runter einer einer freuch muss reichen damit jura den ding sagt die will dann können wir kriegen irgendjemand spinnt hier der julian spinnt hier zack und genau oben okay dann auf dann lasst uns jetzt hier und ich bin ja oh mein gott es ist der panda ist der panda das ist eine lüge ich habe auch eine chance mich zu verteidigen ich habe auch ein diamantschwert schnell ich kann es doch halt einfach wir wissen das ist hier Töte ihn jetzt Er geht rein, warte Er war der Verstand hier im Chat War schon entweder Julian oder Richtig Ronja ist glaube ich, oder? Flo ist es, auf gehts Ich bin's nicht Ich bin's nicht Nicht töten, nicht töten Ist es Julian? Wo seid ihr? Julian hat sich gerade geänderperlt Dann hat Julian verstanden Julian ist in die Richtung gelaufen Hier zur richtigen Treppe Weiß aber nicht genau wohin Warte, lass mich zusammenbleiben Ich kann nicht alle drauf einmal töten Ja, aber das ist Ey, ich brauch noch Rüstung oder so Noch eine Minute Das schafft er nicht, oder? Ich werd irgendwie Irgendwas buggt bei mir Extrem Ich bin der Wolf Ich hab ein paar Schauspilz gekauft Julian, wo bist du? So, das war's auch schon mit dieser Folge Minecraft Wenn ja, dann lass den Daumen hoch da Und einen Kommentar und bis nächstes Mal Ciao! Ciao!